Es stimmt hier und es ist recht dunkel und ich habe keine Fackeln. Also eine würde ja mal ausreichen. Da ist bestimmt ein Krieg bei Explodieren. Meinsch? Ja, das ist sicher. Danke. Der hat so viele Pausch auch nicht. Übertreiben wollen muss er auch nicht. Aber erst recht, was explodieren wir hier echt? Ja, bei mir ist jetzt gerade echt viel kaputt gegangen. So viel, das wird gleich gerade, dass wir wieder gar keine Energie haben. Och nö, Heike. Weil wir brauchen ganz... Wie hast denn du... hä? Was? Du hattest doch letztes Mal hinter den Tanks diese Wutentransportpipe, oder? Ja. Aber die verbinden sich damit nicht. Warte. Ich kapiere es nicht. So, jetzt was. Die Wutten, das müssen auch hier... Teuge sein. Was ist denn denn anders? Ja, das sind äh... Wasserdichte. Oh Gott, wie viel von denen hast du? Ja, zwei und die brauche ich. Och nö, ach die müssen wasserfest sein. Ne, du? Äh, ach du Scheiße. Hm. Dafür brauche ich Kaktusgrün. Ja, eben. Eine Leitung braucht ein Kaktusgrün. Ja, eben. Ja, das ist der Scheiß. Vor allem so unlogisch. Warum hält Kaktusgrün die... 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 hä? Nimm's hin. Oh. Ich hab nur 35. Hehe. Etibett. Was? Alter, ich darf in so viel. Gleich. Nein, du sollst jetzt nicht... ...das da machen. Sondern mir da hinten helfen. Bad aufzuladen. Also lad's doch nicht! Okay, ähm, die Magmatic Engines. Ja. Weißt du noch wie die gehen? Ja, mit Inva. Kannst du dafür viele machen? Also... Ich denk, dass wir das nächste Aufnahme machen. Sieben Stück noch. So viel wie möglich. Ne, nur sieben Stück. Mehr schaffen können wir nicht betreiben. Die bringen extrem viel Energie, glaub ich, gell? Ja. Ja. Ja gut, das reicht aber erstmal wieder einer. Damit wir ja wieder alle voll haben. Wir sollten noch ein Mesh replicate und einen Transformer fassen. Das ist ja... Energie geht ja ins Nix. Mhm. Gerade. Hast du die, äh, Dinger angeschlossen? Genau. Du kannst ja hier auch Lava produzieren, wenn du willst. Aber... Also aus anderem Strom. Mach ich ja. Ne, aus dem Strom, wo wir zu viel haben. Ach so. Ja, ja. Neunzehn so viel. Brauch ich doch gar nicht. Gott, ach Gott. Brauchst du jetzt noch Kaktusgrün? Ja, wäre dafür voll gut. Im... im Dings ist... bei mir und hier... Hier. Ja, aber dann Hier zehn Stück Alter Lass mich hier durch, Alter Ich hab da schon schön dichtem Material gegeben So, mach ich's mal so Wenn du noch so'n Lava-Verpulgator brauchst, ich hab einen noch im Metall sehen können Ja Zeig ich dir denn Na, ich kann dir schon mal hier Hä, wie the fuck Wie, 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 Heiko Ja Wie platziere ich die jetzt richtig? Welche Die Engines hier Die Engines Das ist das Problem, du kannst die drehen mit der Engines Wie denn? Ja, mit anderen Wernsch wahrscheinlich Aber Es ist auch besser, die mit einem Abstand zu machen Dann ist das Problem gar nicht Ne, ich will die aber nicht mit einem Abstand machen Ja, dann Keine Ahnung Äh, wo hab ich jetzt die andere Wernsch hin? Das weiß ich jetzt schon gar nicht mehr Da Da Ah, ja stimmt, so kann ich's machen So Ich geh heute mal Generator Nein, das verbindet sich mit dem Okay Ich gehe jetzt hier Ich gehe jetzt hier Okay Ich gehe jetzt hier Ähm Hm Ja 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 Ich überleg grad Warte Ich gehe eigentlich Weil das muss eigentlich alles nochmal eins nach hinten Weil das muss eigentlich alles nochmal eins nach hinten Ach Nö Jetzt habe ich da ein Kabel zu wenig. Deine Mutti, Alter. Woher geht es denn mit der? Da habe ich jetzt neun. Egal, der neunte ist nicht angeschlossen. Egal. So, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Dann die Dinge hier. Dann die Dinge hier. Ups, das war schon richtig. Oh neee, oh scheiß. Und was fehlt? Ne, ich habe einen Geothermal-Generator schon wieder kaputt.